Ja, das ist sehr klar, für einen Spieler mit viel Erfahrung, das ist ein sehr Anfang Spieler, ich weiß nicht warum er es probiert mit seinen Schlägen. Man hat mit seinen Händen, es ist kein Tor, ich weiß nichts, ich kann nichts verstehen, aber das ist, wenn du auf Eis bist, du machst Entscheidungen ab und zu, das will nichts verstehen, aber das ist einfach. Gute Nachricht, in zwei Tagen geht es schon wieder gegen den selben Gegner, dann kann man alles.